Eine Frage. Eine einzige Scheißfrage. Warum nimmt niemand einen Feueralarm ernst? Niemand! Ich auch nicht! In echt! Story F. Wofür gibt's diesen Scheißfeueralarm? Ich check's komplett nicht. Egal, wo ich bisher gearbeitet hab, egal, wo ich war, ob's in der Schule war, wenn Feueralarm ging, ist Test. In der Uni, Feueralarm geht an, ist ein Test. So, ja, Leute, wir haben Sammelpunkt, dieses grüne Zeichen mit vielen Leuten, da treffen wir uns, wenn's brennt. Ich war an diesem Scheiß-Sammelpunkt, zum Beispiel, in drei Jahren, war ich bestimmt dreimal oder so, und es war immer ein Test. Und ich check nicht, man belächelt das immer. Alle Leute belächeln das. Ich bin Schisser. Ich denk jedes Mal so, ah, was ist wenn? Letztes Mal auch schon wieder. So irgendwie, du sitzt im Büro, und dann geht's los. Du redest so, und dann. Und ich denk so, okay, könnte tatsächlich brennen. Alle so, ha, 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 ist bestimmt ein Test. Ist bestimmt ein Test. Was heißt, ist bestimmt ein Test? Was, wenn nicht? So, auch, die Flammen kommen. Ich wette mit dir. Die Flammen kommen so um die Ecke. Du sitzt so im Büro, guckst raus, ne, wir haben so eine Glastür. Auf einmal kommen so echte Flammen um die Ecke. Du so, scheiße, Mann, Leute, es brennt. Die so, ha, ha, nein. Die machen diese Tests immer echter und realer. Ja, ja, genau. Feuerwehrmann steht um die Ecke und schießt einfach mit einem Flammenwerfer in den Flur, damit alles so echt ist. Die haben auch so ein paar Statisten, die Bock haben, für irgendwie ein Fünfer-die-Stunde zu arbeiten. Brennen denen die Haare an. Laufen so um die Ecke. Es brennt. Alle so, ha, 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 was ein guter Test. Junge, das hab ich nicht gecheckt. Ist die Sirene anders? Aber wenn es dann wirklich brennt, ist die Sirene wieder so. Und dann kommt so. Es brennt in echt. Es brennt in echt. Und dann auf einmal, was machen auch die, die sonst immer so gechillt bleiben? Die im Moment drehen völlig durch. Auf einmal, du willst einen auf die Kohle machen. Du so, ha, ha, ist bestimmt ein Test. Es brennt. In echt. Und mich treibt das den Wahnsinn, dass ich schon denke, einmal will ich dabei sein, wenn es wirklich brennt. Aber ich will ja nicht, dass es irgendwie brennt. Scheiße, brennend ist kacke. Sachen gehen kaputt. Leute kommen zu Schaden. Aber wie ist die Situation, wenn es wirklich brennt? Ich check's einfach nicht. Also. Keine Ahnung. Wie ist es? Sirene geht an. Warten, 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 warten. Feuer kommt, wird immer heißer. Scheiße, meine Haut brennt. Jetzt zieh ich ab. Keine Ahnung. In echt. Story F. Untertitelung des ZDF für funk, 2017